Hallo, mein Name ist Christian Voskamp, Geschäftsführer der BLEKA-Gruppe. Wenn ich jetzt zurückdenke an die allererste Märzwoche, dann muss ich schon sagen, was dort in kurzer Zeit möglich war, auch mit all unseren Mitarbeitern, das beeindruckt mich heute immer noch zutiefst. Zum allerersten Mal in der Unternehmensgeschichte haben wir an einem Tag alle systemrelevanten Abteilungen nach Hause geschickt. Das Wort Homeoffice gab es uns vorher in der Form ehrlicherweise nicht. Innerhalb von 24 Stunden haben wir es geschafft, dass unsere Organisation komplett handlungsfähig blieb. Das ist etwas, was mich heute immer noch beeindruckt, denn alle Mitarbeiter haben mitgemacht und das ist gar nicht selbstverständlich, ohne das jemals geprobt zu haben, ohne die Voraussetzung vielleicht zu Hause perfekt zu haben. Alle haben mitgezogen und das Unternehmen war einen Tag später wieder komplett handlungsfähig. Nicht minder toll war auch ehrlich gesagt die Erfahrung mit der VR-Bank. Bei jeder Frage, bei jeder noch so kleinen Überlegung, ihr standet Gewehr bei Fuß. Wir hatten eine so diffuse Informationssituation, die wir in der Form glaube ich alle zusammen noch nie hatten. Aber unser gemeinsamer Austausch hat uns geholfen. Um vielleicht im Bankenjargon zu bleiben, das ist eine Art von Stresstest gewesen, den wir in der Form noch nie gemeinsam hatten und der hat hervorragend funktioniert. Ich hoffe, das ist der letzte Stresstest für dieses Jahr, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber wir wissen jetzt, dass wir auch in schwierigen Situationen gut zusammenhalten und top zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass das uns die Mut und die Kraft gibt für den Rest des Jahres, denn ich denke, wir haben noch ein paar Herausforderungen zu meistern gemeinsam. Vielen Dank dafür!